Die Sensoren der Einparkhilfe erkennen beim Rangieren Hindernisse vor, hinter und seitlich des Fahrzeugs. Ein akustisches Warnsignal ertönt und dessen Frequenz erhöht sich, wenn das Fahrzeug sich einem Hindernis nähert. Bleiben Frequenz und Ton gleichbleibend hoch, so ist das Hindernis nur noch 20 bis 30 cm vom Fahrzeug entfernt. Auf dem Multifunktionsdisplay werden die Erkennungsbereiche der Sensoren um das Fahrzeug abgebildet und ergänzen so die akustischen Warnsignale. Auch dieses System kann über das Multifunktionsdisplay ein- bzw. ausgeschaltet werden. Untertitelung des ZDF, 2020